Musik Er steht zur Zeit im Rampenlicht, der Kaiser Karl der Grosse. Aufgrund von seinem 1200. Todestag wird im 2014 Karlsjahr gefeiert. Und das Graubünden hat mir guten Grund zum Mitfeiern. Hier im Kloster St. Johann in Müssteier steht nämlich die älteste Monumentalstatue vom Karl der Grosse. Sie gehört sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Aber so bekannt die Statue auch ist, so umstritten ist ihr Ursprung. Und das soll sich jetzt ändern. Ein gemeinsames Forschungsprojekt von Uni Bern und dem Archäologischen Dienst Graubünden untersucht die Entstehung und Datierung dieser einzigartigen Statue. Das ganz Spezielle daran ist die hohe Technologie, die wir hier versuchen anzuwenden. Dass man überhaupt mit irgendwelchen technischen Mitteln den Körper vom Karl dem Grossen kann erleuchten. Dass man die Notstellen beweisen kann. Und eine der ganz grossen Herausforderungen ist die Abbildung der Rückseite. Es hat einen Hohlraum. Dort kämpft man mit irgendwelchen Mitteln hinterher. Und man sieht schon von Weitem mit iPhones hinten herunterfotteln. Da sieht man, dass es eine ganz interessante Abbildung hinten auf dem Rücken hat. Von einer früheren Aufstellung. Aber wir kommen nicht richtig dazu. Wenn man sie vom Sockel nehmen könnte, dann könnte man ein CT machen. Und all diese Fragen relativ einfach lösen. Aber das ist so kostbar, dass man sie eigentlich nur berührungsfrei davon untersuchen. Und darum ist es eben eine relativ grosse Schwierigkeit und Herausforderung. Für das Forschungsprojekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert wird, kommen die verschiedensten Disziplinen zum Einsatz. Neben der Archäologie auch die Kunstgeschichte, die Restaurierung und die Materialwissenschaft. Und das Röntgengerät kommt für einmal nicht in der Medizin, sondern in der Archäologie zum Einsatz. Wir untersuchen diese Statuen vom Karl dem Grossen mit eigentlich zwei verschiedenen Techniken. Zum einen mit einem konventionellen Röntgengerät, der aber tragbar ist. Darum können wir sie überhaupt da hineinnehmen. Das ist eigentlich ein ganz klassisches Röntgengerät, was einfach darum geht, dass man versucht, ins Inneren hineinzuschauen. So gut wie es geht natürlich bei diesen doch relativ dichten Materialien. Aber man sieht im Prinzip, ob verschiedene Materialien verwendet worden sind und wie dick die sind. Wir haben noch ein zweites Gerät, das auch transportabel ist, das wir auch von unserem Institut haben. Das ist ein sogenannter 3D-Oberflächenscanner. Da können Sie im Prinzip mit ganz vielen Aufnahmen, die Sie zusammensetzen, ein dreidimensionales Bild generieren, ein Modell generieren eigentlich von dieser Statue. Mit einer sehr hohen Auflösung von deutlich unter einem Millimeter können Sie da eine sehr schöne Kopie eigentlich von dieser Statue zum einen im Computer. Aber natürlich, wenn Sie wollen, können Sie das dann auch ausdrücken, als 3D-Modell herstellen. Das Projekt zur Karls Statue hat einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Forscher hoffen, mit diesen technischen Methoden die Unklarheiten zur Karlskulptur klären und bis 2015 Ergebnisse vorzulegen.